I can't see me lovin' nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Haben wir nicht schon genug von dem gehört? Und du hast dieses KDK-Propagandazentrum ganz allein eingenommen? Ne, das war der Roboter. Ich bin beeindruckt. Boah, Daniel, ey, ich kann deinen Charakter jetzt schon nicht mehr zu bleiben. In diesem ganzen Gebiet von unsozialer Pisser bist du der unsozialste. Was ist das Überrasch? Oh, nein, die ganze Kammer hat mein Lager verwüstet. Da gehört der verdammte Schädel nicht hin. Das stößt heute in Energiefluss. Oh, ich kenne eine Abkürzung. Gott. Ich kenne eine Abkürzung, einfach gut. Hey. Was ist das, Angst vor dem Wasser? Aber Jesus kann doch übers Wasser laufen. Okay, wie da seid ihr? Ich. Der hat sich Schmerz einfach angehört. Was hast du gemacht? Nöx. So eine Leiche kaputt gemacht. Ich glaube, der hat nett und der holt uns irgendwie, zieht uns in der Falle oder so? Nicht auf, bis alle Verdienten auf dem Dormer ihr Götter verhehren. Verdienten brauchen keine Götter. Wir verhehren ein heißes Feuer und ein Stück Grillfleisch. Es gibt Regeln. Ja. Geil. Lilith freut sich bestimmt, mich zu sehen. Wir sind dicke, Bro. Ich sehe schon, die wird den umbringen. Dicke wie Bros. Das gibt es so, dass sie ein Mädchen ist. Aber bei mir läuft er gar nicht bei mir gleich. Er ist doch Jesus, sag ich noch. Der tut so Schlittschuhlauf bei mir macht er, ey. Du musst dir das vorstellen, du bist so ein Eisband. Dein Viech verschwindet. Er ist auch so ein Spinn. Ja. Das heilig ist ein Mädchen. Der Daniel ist schon voll aufgerassen. Okay, jetzt sehe ich. Wann hat er das genommen? Der erhöht meinen Schaden. Wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Da brauchst du nicht schießen, Daniel. Machst du da? Bist du mit den Kanaten, oder was? Oh Gott. Ist genau auf mich drauf gesprungen. Geh mal da raus. Du stehst auch vorhin in Säure drin. Ich hab' nichts fehlt. Ich hab' einfach mehr. Ach, da ist ein Fisch. Motherfucker. Ich guck mal, was passiert, wenn ich da drüben bin. Schön dich zu sehen, mein Junge. Sie hat schon wieder ausgeführt. Meine Waffe. Hallo. Ach, du warst schon sagen, wo kommt der Hund auf einmal her? Ich komme ja am Pfarrei, kommt mir so ein Hund entgegen, der irgendwie kein Gegner ist oder so. Ja, was darfst du, wem dir gehört? Oh, den sehe ich schon, Ellie. Ist das. Luch mal von vorn. Was genau wollte du zu meiner Freundin Lil antun? Oh, ich bin abgerollt. Was ist denn das, Beide? Was, Hund? Was? Mein Gott, ist die Klein. Hey, warum glotzt du mich so an? Wow, du bist echt ne Wucht. Man braucht eine Armee, um dich umzunieten. Wie charmant. Lilith meinte, du brauchst ne Karre. Die verfluchten Kultisten haben mir alle gestohlen. Mach dir was aus, eine zurückzuholen? Dann kann ich dein Catch-a-Ride einrichten. Oh Gott. Danke für den Besuch. Mein Gott, wie der Hund heißt, ey. What? Herr von Kau. Ich war ganz hart. Ich gucke den Hund an, da steht Herr von Kau. Du bist unwürdig, du kannst den Hund nicht lesen. Ich bin eine Maschine. Ich habe keinen Penis. Die stehen auf dich. Ja, auf dich, wenn der auf dich stehen würde, dann wäre irgendwie merkwürdig. Oh Gott. What the fuck? Dann gehe ich doch, da dürfte man nicht raus. Glaubst du? Da ist ein Auto. Irgendwie scheint meine Fähigkeit schneller, bereit zu sein als deine Kinder. Ja, meine ist jetzt gleichherz wieder bereit. Mein Hund kräftet die an. Dann guck mal. Ja, guck mal. Ach so. Und den Vater. Ich gehe da rein. Ja. Ich kann dazu gehalten. Ich gehe da rein. Wir warten. Ja. Da kommt jetzt her. steiger müsste eigentlich das ist eigentlich einsteigen können irgendwo der ist leer nehmen können kann zu schießen ich bin gerade am schießen ja ich kann nicht irgendwie noch gar nicht im geschütz oder so an sich daran ich bei einem pc fahren das ist nicht so gut muss überhaupt hin wenn man hier mit dem teil wir sind ja ich tot ja nicht wahr ich fliege oh gott wir müssen aber hier rein hundekampf deine haut schon wieder ab er hat nur gesehen ist dann direkt abgehauen okay dann ist das schon wieder da irgendwie war explodieren ein auto aufgetaucht jetzt müsste sie einsteigen können und schießt ja warte mal noch später nicht ich war von hinten die jetzt kann sich endlich ich nehme an die mission ja ein vereiner ich kann mein hund er buddelt sich wir kommen in einem das war gut oder ich weiß gar nicht müssen dann steht sich verkauft oder sind wir mal ausrufe zeichen dass man dahin gehen ja genau meine raketen ging dann bin ich auch wenn man ein geschütz war okay war ich die karte irgendwie größer mann ich muss dir sagen ich möchte ich komme dann nur so eine ecke da läuft er so aus der türe raus jetzt eine grüne person wenn du willst ein grünes schrotgewehr ja bloß keine schritte wäre okay dann weiß ja es hat mir nun wirklich schon Musik